Ich glaube, ich will auf viele Orkunden, Konfliktaustragungen und, ob es dieses Jahr klappt, Sachen gebastelt werden, dass die hier heute nominiert sind, und werde genau wie Frau Schmücker und Wolfgang meinen Mund aufhören und dafür sorgen, dass das eine oder andere besser wird. Ich denke, und ich habe die Erfahrung gemacht, seitdem ich im Stadtteilbeirat mit dabei bin, dass es möglich ist, dass Menschen, die sich engagieren, wirklich etwas verinnern werden, etwas besser werden. In der schönen Seite, die Grund auf die Dienstwehr trauen, das möchte ich gerne, dass in der Stadtteil noch etwas liebenswärter wird. Wenn durch seine Präsenz für ein Kostprofi, das miteinander eben damit zusammenhängt, dass er, oh, jetzt habe ich es schon eher gesagt, okay, das ist jetzt schade für die Frauen, Entschuldigung, dass derjenige, diejenige, auf jeden Fall den Preis verdient hat, drei Vorschläge bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Und ich wollte nur noch mal sicher gehen, noch mal doppelchecken. Den ersten Preis hat gewonnen Eckart Kurte. Also zum einen muss man dafür Zeit haben und ich als Jugendlicher habe momentan Zeit. ist, den dritten Neuwiedenthaler mit 150 Euro Preisgeld hat gewonnen, Mehmet Ali Kiesil. Also herzlichen Glückwunsch, wie gesagt, er ist Schulsprecher, hat jetzt gerade sein Abitur geschrieben, ist ehrenamtlicher Helfer, ist in der Lernzeit in VIA Hamburg e.V., hat mir vorhin sogar erzählt, sechs Stunden pro Woche ist er mit. Dementsprechend hatten wir als Jury natürlich einen sehr schweren Job. Ja, sind auf jeden Fall aus dem Stadtteil. Herzlichen Glückwunsch, die Teilherstellung. Schauen, ob es heute passt. Herzlichen Glückwunsch. Gruppe 50 Plus trainiert hat. Ist oder eben notan der ist, aber es ist auf jeden Fall da. Er ist nämlich neu Neuwiedenthaler und im Nachbarschafts-Hilfsprojekt Ahoi mit dabei. Also alle Fragen rund ums Thema Handy, Elektronik, Tablets, die beantwortet er. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis an den einen oder anderen. Er ist natürlich sehr, heute gemeinsam mit ihnen in dem Leben, werden aus ihrer Sicht den Neuwiedenthaler gewonnen.